ja und damit herzlich willkommen zurück zu minecraft mit neverguest ja wir sind wieder hier online und der mcdragone ist wieder mit dabei eigentlich dragon aber es ist abend es es ist abend 21.15 es ist abend alles klar guten tag ja warum wir uns hier im startpilschirm befinden ganz einfach ich habe mir gerade die lange weine mal hier so 30 trilliarden texture packs runter geladen 10 ja und der mcdragone hat die ehre das erste zu nehmen also es auszuwählen wir werden es immer so durchtesten keine ahnung momentan habe ich keins das mir gefällt deswegen nehmen wir irgendwas also ich habe hier ein elf sette das sieht so aus wie so ich glaube das ist alien welt dann habe ich krefter jahre herr sommer medieval also mittelalter pack dann ein herbst habe ich ein rustikales ein hoch texturiertes ein noch hoch texturierteres ein 3d und ein star wars habe ich was ist soll ich nehmen star wars star wars dann mal schauen wie das jetzt aussieht ich bin mal ganz kurz away from keyboard alles klar und drunter packen wir uns dann die 3d kraft falls irgendwelche textur nicht ausgelegt sein sollten mal schauen wie das aussieht ok das sieht schon mal recht grau aus hey cool ich habe lichtschwert kann ich mal so uncool was ist das denn eine ange was sieht ja angehackt nicht okay ich habe ein star wars outfit an und ansonsten ja warum nicht ich meinem sauer pack warum nicht na gut als als erstes wir waren dabei hier gatter zu bauen für ziegen schaf und all den spaß müssen natürlich jetzt dementsprechend noch ein wenig hier was umbauen dass sie damit ist wenn ich schon mal und diesen fängt ja gut an auf jeden fall das ist irgendwie fehl gebaut der zaun müsste eigentlich hier vor ich hab's gehört ja du hast so liebevoll in dein mikrofon gefurzt nein so hier müsste der zorn eigentlich sein und dann müsste hier kein zorn mehr sein und ab hier müsste wieder zorn sein und dann genau dann kann ich ja eine große weite hin machen ist auch kein problem dann packe ich hier mal ein paar laternen dran star wars latern ich habe nicht schwer ja 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 das ist bereits sehr überraschend für mich darum muss ich dir das erzählen naja ja ja so war das muss ich mir übrigens die ganze zeit von ihm gefallen lassen jeden tag wieder das einzigste was mir bleibt sind meine rechte zum kicken also solltet ihr irgendwann mal sollte irgendwann mal irgend jemand von euch auf unserem server sein weil er wenn der unserem league of legends clan der momentan sehr unclanig ist inaktiv heißt das auch inaktiv beitreten sollte werdet ihr öfters mitbekommen dass wir uns flame haten kicken muten kicken vor allen Dingen kicken vor allen Dingen kicken das ist das diamantschwert und Eisenschwert cool das Eisenschwert ist lila und das diamantschwert ist grün das heißt Eisenschwert ist kein wunder dass dieses immer verlieren wenn die nur Eisenschwerter haben ohne scheiß unrealistischer kackstreck hier er kotzt mich wieder an das habe ich aber gesagt das habe ich wieder falsch gesagt bin ich bin ich besoffen oder sowas liebster flo ich glaube ich bin besoffen du und besoffen gut ja das ist ein widerspruch an sich aber wenn ich besoffen sein könnte wäre ich das wahrscheinlich wieso weil ich mich verbaue allein aus diesem grunde gehe ich bald vor die Hunde brauche ich keine reimen für Noxus ne das mache ich eigentlich für mich ne ich spiele gerade Schlatzos Schlatziii Schlatzios Schlatzius. Kein Schlatztes, dee, 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 dee. Jo, kein Schlatztes. Gegen den Garen, ey, da, ne? Garen. Ey, genau. Wir machen uns hier kein Tier-Ding. Wir machen uns hier Blumenwiesen. Das sieht doch sicher voll schwul aus. Dann muss ich aber ganz kurz mal schlafen gehen, sonst überrascht uns hier die bösen Zombies. Und wir haben momentan nur das Silberlichtschwert. Ich liege in mir selber. Lol. Flo? Ja? Die Bilder. Kennst du das, wenn du diese neuen Bilder, äh, dieser Rahmen, wo du Zeug reintun kannst? Shit. Was? Bei Minecraft kannst du doch jetzt Rahmen craften, wo du deine Items reinstecken kannst, die sind dann zu Bildern, ne? Ich hab nur reinstecken gehört. Ja, okay. Die drehen sich bei mir grad in 3D. Die drehen sich in dem Rahmen drin. Loah, sieht das geil aus. Ich hab überall in der Wand hier zu Bildern mit drehenden Vierecken drin. Geil. Ja. Magi-Craft. Und da hab ich ein planetenzerstörendes Ding an meinem Zimmer hängen. Warum nicht? Passt doch voll hin so. Mitten in der Wildnis ist einfach so ein Holzhaus mit, du kommst da rein und das siehst du nur so Hightech-Kram. Passt einfach voll hier rein. Ist einfach voll mein Ding. Ah. Er hat den gewissen. Ah. Ähm. Löli hat sich bei dem Pack auch so diese Ansicht irgendwie so ein bisschen verstellt. Das ist aber Ansichtssache. Hahaha. 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 Die Witze war noch schon mal besser. Irgendwie schon, ja. Echt waren sie mal besser? Ja. Deutlich. Toll. Okay. Wir mussten einen Pflasterstein. Und wenn ich Balken... Das ist so geil, wenn man so irgendwas abbaut, dann kriegt man so Ladebalken auf dem Ding, bis man es abgebaut hat. Das ist auch nicht schlecht. Hätte ich gerne einen anderen Tech-Job-Hacks mit drin. Mal gucken, ob ich das eventuell in anderen Tech-Job-Hacks einbauen kann. Das ist ja glaube ich so ein Befehl, gell? Diese Animationen. Die kannst du ja glaube ich umsetzen. Hm. Wenn ich mich nicht täusche. Hm. Und das tue ich meistens. Hm. Hat ihr schon mal immer gesagt, dass du hässlich bist? Hahaha. Bestimmt öfters schon, oder? Hahaha. Ja, schon öfters. Zeichen. Aber weißt du, ich hab mich da mittlerweile dran gewöhnt und äh... Ne, da war ja nicht mehr viel zu sagen. Ich seh das ganz locker. Du siehst doch was bei deiner Visage. Hahaha. Okay, das war jetzt hart. Hahaha. Man sieht schon mehr, wo es blieb. Ja, auf jeden Fall. Wir haben auch zusammen mit einem Zelt geschlafen, gell? Heiße Träume. Hatt' ich von dir. Warum bist du jetzt nicht bei mir? Kennst das? Ja. Jetzt kennst das. Yo Garen, spinn to win, Junge. Kannst auch wegspinnen. Spin to run. Spin to run. Spin to run. Spin to lose. Because you lose. So. So. So lange warten, bis ich hier wieder TP hab, ey. Was? Man spielt's denn grade? Darius. Das war das ja grade erwähnt. Ja, schlatzius. Schlatz. Schlatz. Ist aber auch unfair, der Garen hat ja gar keine Chance gegen dich. Findest du nicht, dass du etwas hart mit ihm bist? Ah, shit. Ey, ich hätt jetzt Ulti gehabt, ne? Ist easy win für mich gewesen. Hattest du aber nicht. Und darum bist du auch nur Silber. Noch. Du träumst doch vom großen Challenger draußen. Der Garen, der ist so geil. Der hat sich, ich, ich, seine Minions waren in seinem Tower, ja? Und ein Minion hat noch überlebt. Und er hat sich an diesen Minion geported, alter. Übelgut. Oh mein Gott. Das heißt aber 40 Sekunden plus, lieber Garen. Junge, Junge, Junge. Fehlt immer ein bisschen noch an... Brain? Intelligenzvermögen. So. Ich hab gar keine Musik an. Ich bin ja auch ein Held. Minecraft. Musik. Mit der ich mittlerweile wieder spielen kann. Ohne davon Kopfschmerzen zu bekommen. Sie ist aber auch manchmal Peter Trant gewesen. Aber ich muss auch sagen, dass ich einige Lieder rauslasse aus der Playlist. Für die, die es interessiert. Niemandens also. Ich hab nicht mehr alle Lieder. Tun nicht mehr alle Lieder rein tun. Ah, laut auf meinen Ohren. Tun nicht mehr alle Lieder rein tun. Sehr gut. Ja, ich mach nicht mehr viel mit tun. Das war lustig. Ah, Alter. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Ja, passt irgendwie zu mir. Ja, passt irgendwie zu mir, gell? hab ich denn zufällig nein gut dass wir darüber geredet haben so dann kommt hier nummer zwei rein blumen wenn wir jetzt zwei blumen reinkommen hier dran hier drei das ist natürlich auch nicht schlecht ich habe den text aber kann ich nicht spielen lange ob der 3d effekt bei dem funktioniert wo sind dieses smoothing schokoladen zeug deine kühlschrank wow das sieht echt strange aus mit dem 3d effekt ja ich weiß dazu muss man 3d brillen aufhaben 3d effekt aus oh das wollte ich gar nicht ich habe irgendwelche secret settings jetzt eingestellt weiß aber nicht welche ist doch geil du stellst secret settings hinter dir ein und hörst auf einmal hinter dir nur noch einen creeper das ist auch ein krasser effekt siehst du alles so verschwommen und dann auf einmal so ein creeper tot das ist auch ein krasser effekt siehst du alles so verschwommen und dann auf einmal so ein creeper tot das ist auch nicht schlecht das ist doch cool so fernsehformat so spielen wir jetzt immer in so einem alten 3d-fernseher äh 3d-fernseher vor allen Dingen alte 3d-fernseher kennst du sie noch für 1990 damals 3d-fernseher ja wer kennt sie nicht wäre eine coole spielbar ist wenn sie zum pixel wäre dann würde ich würde das lassen wenn es anders aussieht das ist auch krass oder graustufen kaufen das auch cool aber leider mag ich es etwas bunter und hierfür blind also so halb blind wenn du schon fast vom krepieren bist weil blind auch was mit krepieren schafft und hier wenn du auf lsd bist LLLLLLLL Es gibt jetzt verschiedene super secret Eddings wo die Minecraftlaims in verschiedenen Ansichten hast und gerade hatte ich der msd effekt glaube ich zumindest ich nehme keine drogen also zumindest keine die bekannt sind pflanzen dann kommt man das hier wieder rein dann kommt die da mal wieder rein und dann habe ich noch an pflanzen löwenzahnen mohn blaue orchidee eichenlaub laub ja das war's dann auch schon schlatz junge schlatz nicht wundern so reden sie immer mit seiner mutter wenn dann ist es mein spruch krank ja leider leider wirklich schlatz habe ich gesagt feind ist wieder das gleiche weißt du garen ist mitten an seinem tower was steht da ein minion was macht er er purtet sich auf sein minion alter so richtig geil die leute möchten manchmal wirklich demonstrieren wie schlecht sie sind ja ich weiß es ist wirklich sie sind schon so verzweifelt dass sie einfach nach hilfe rufen das sagen ich bin so dumm guck mal was ich kann ja ja mega gut du gott du gott du gott sind das verschiedene ausgedehen so cute das ist mohn